Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sounds of a Playground Fading von Inflames. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sounds of a Playground Fading, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zehnte Album der Band Inflames. Wir haben hier eine Box in recht klassischem Format, Hochkant. Hier auf der Folie haben wir einmal einen Sticker, den wir uns noch kurz ansehen, bevor wir die Folie abmachen. Und zwar lesen wir hier Inflames, Sounds of a Playground Fading, Limited Deluxe Box Set CD, DVD, 8 Panel Pop-Up DigiPack, 22 Page Deluxe Booklet Recording, Sounds of a Playground Fading, DVD, Black Textil Belt White Print, Silver Buckle, Black Inflames Logo, 3 Buttons, 1 Chicksaw Puzzle, 6 Postcards. Also in dieser Box ist einiges drin, unter anderem ein Puzzle, auf das ich sehr gespannt bin. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Hier auf der Seite bietet sich das gut an. So. Und wie wir sehen, sind uns beide Sticker erhalten geblieben. Also nicht nur der FSK 0 Sticker, sondern auch jeder Sticker zum Boxen halt. Also wir haben hier einen Raben, beziehungsweise ja, das Gerippe oder das Skelett eines Raben, der hier aber irgendwie verdeckt ist. Sein Kopf ist irgendwie hier verhüllt. So. Dieser sitzt hier auf einem Würfel oder auf einem Podest und hier ist auch noch eine Uhr drauf zu sehen. Ansonsten hier alles in Grau gehalten. Hier lesen wir nochmal Bandnamen plus Albumtitel. Auf der Seite ebenso. Das Ganze ist erschienen über Century Media Records. Und auf der Rückseite haben wir einmal die Tracklist. Zwölf Stück an der Zahl. Und dann haben wir nochmal den Boxinhalt. Den hatten wir auch schon auf dem Sticker. Die Labels und Infos zur DVD und links dann auch noch ein Barcode. Gut. Genug zur Box. Wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. So. Und hier kommt uns tatsächlich ein Puzzle entgegen. Dann. Was haben wir noch? Einen Gürtel. Drei Buttons. Das Album im Digipack inklusive DVD. Das hier sehr eigenartig gestaltet ist. Okay. Und dann haben wir hier noch eine Karte. Mehrere Karten. Okay. Und mehrere Fotokarten. So. Von innen ist das Ganze auch spannenderweise in so einer Puzzle-Optik. Und dann starten wir als erstes mal mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Beziehungsweise holen wir erst nochmal kurz die Sachen hier aus der Folie. Das ist der Gürtel. Dann haben wir noch die Buttons. Gar nicht so einfach. Aber jetzt. Buttons sind sogar nochmal separat verpackt. Also in den Beutel dann nochmal in Folie. Und dann haben wir auch noch das Puzzle. Das werde ich dann auch noch aufbauen. Aber erst holen wir noch die Buttons raus. Also mit Folie, mit Verpackung wurde hier definitiv nicht gespart. Aber jetzt. Jetzt starten wir mal mit dem Album. Das ist dieses hier. Auch hier wieder FSK Null Hinweis. Ansonsten das Cover, das wir schon von der Box kennen. Wir haben hier ein Digi-Pack in einer Erscheinungsform, die ich so ehrlich gesagt noch nie zuvor gesehen habe. Das Ganze lässt sich hier so aufklappen. Oha. Und hier haben wir dann. Moment. So glaube ich besser. Tatsächlich in diesem Digi-Pack so ein Pop-Up-Element mit eingebaut. Also diese Gestalt hier. Die einen ähnlichen Kopf hat wie dieser Rabe. Hat man hier so auf Pop-Art Art in dieses Cover, in dieses Digi-Pack hier mit eingearbeitet. Habe ich so echt noch nie gesehen. Ich habe schon diverse Pop-Up-Venues gesehen. Aber in einem Digi-Pack in dieser Gestaltung ist das neu für mich. So. Die Seiten sind beschriftet. Wir schauen trotzdem mal, dass wir der Reihe nach durchgehen. Also zuerst haben wir hier einmal die Album-CD. Links. Moment. Das ist die hier. Das ist weiteres Artwork. Dann haben wir den Raben wieder. Auf der rechten Seite dann die DVD. Hier haben wir noch Infos. Also so Credits, was wir drauf haben auch. Okay, also Interviews und andere Inhalte sind hier zu finden. Jetzt würde mich interessieren, ob wir irgendwo... Ah ja, tatsächlich. Wir haben hier eine Stecktasche. Eventuell ein Booklet. Einmal. Und... Nein, hier ist glaube ich sonst nichts weiter auf der Rückseite. Doch, hier ist noch ein Zettelchen. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier den Download-Code. Okay, also hier kann man scheinbar 5 MP3s runterladen. Mit diesem Code. Könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne einlösen. Schenke ich euch. So, dann haben wir das Booklet. Schauen wir mal rein. Okay, also die Lyrics hier. Und die Raben, die hier immer wieder im Artwork vorkommen. Ui. Das ist heftig. Also sogar das Artwork, beziehungsweise das Booklet, hat hier so ganz spezielle Gestaltung. Zeilen, die hier wegfallen. So, weiter geht's. Es gibt doch passenderweise ein Track hier, der nennt sich The Puzzle. So, sehr viel Text. Und natürlich auch wieder düsteres Artwork am Start. Also, diese Puzzlesteine, diese Puzzlestücke haben auch hier irgendwie einen großen Anteil am Artwork. Was man hier alles sehen kann. Lyrics ohne Ende düsteres Artwork. Also hier hat sich auf jeden Fall einer viel, viel Mühe gegeben. Und hat hier sich ordentlich bemüht, ein vernünftiges Artwork oder Booklet zu gestalten. Dann natürlich die Credits. Und zum Abschluss gibt's dann hier noch weitere Infos, weitere Credits. Okay. Gut. Soviel zu diesem Album, zu dem Booklet. Wir schauen mal, dass wir das hier wieder reinpacken. Wenn es gelingt. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt, soviel zu diesem Digi-Pack. Dann haben wir als nächstes einen Gürtel, der hier noch mit Kabelbinder fixiert ist. Wir werden mal kurz schauen, dass wir den hier irgendwie aufschneiden, den Kabelbinder. Mit etwas Mühe gelingt es. Also ein schwarzer Stoffgürtel. Das ist die Schnalle hier in Flames. Und ansonsten lesen wir hier. We are ghosts of the concrete world. Genetic codes of a dying breed. Das ist das Logo in der Mitte. Ansonsten hier alles in schwarz. Ja, vorne mit Metall. Bedeutet, man kann dann hier einfach aufklappen. Wenn man es schafft. So. Und dann kann man hier diesen Gürtel da durchführen. Na. So. Und dann je nachdem, wie die Größe, wie die Länge gewünscht ist, hier mit diesen Zähnen den Stoff hier so einzwicken. Und dann hält das Ganze auch. Also, das ist der Gürtel. Dann drei Buttons mit dabei. Einmal hier. Dieses Puzzlestück, aus dem hier diese Tentakel reinkommen oder rauskommen. Man weiß es nicht. Dann dieser Totenschädel hier. Und der dritte Button ist dann mit dem Inflames Schriftzug. Alle drei Button kreisrund. Und in der klassischen Optik, also hier hinten so eine Sicherheitsnadel. Dann haben wir die Fotokarten mit Elementen des Artworks. Einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechs Stück an der Zahl. Sowohl quer als auch Hochformat. Postkartengröße, also A6. Und dann haben wir hier auch noch so diverse Zitate, Songzeilen und Sprüche drauf. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch tatsächlich ein Puzzle. So, jetzt ist die Frage, wie lange das dauert. Aber ich glaube, ich werde das Video an dieser Stelle mal ganz kurz pausieren. Ich möchte das hier schnell zusammenbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und so sieht das Puzzle dann fertig aus. Also wir haben hier sieben mal sieben Teile. Also 49 Stück. Das Motiv, ja, auch hier wieder recht düster. Hatte schon diverse Puzzles in solchen Boxen. Allerdings muss ich sagen, dass die hier echt erstaunlich gut waren. Also von der Qualität, die einzelnen Teile sind doch um einiges dicker oder stabiler, als man die so in Boxen gewohnt ist. Ja, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Puzzle hier, quadratisch. Dann haben wir den Gürtel, den schwarzen Stoffgürtel hier mit dieser silbernen Metallschließe. Die Karten. Sechs Stück an der Zahl, sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Dann die drei Buttons mit unterschiedlichen Motiven. Und natürlich das Album an sich im Digi-Pack inklusive der DVD. Die 13 Tracks hier mit drauf. Jawohl. Das alles. Das alles. In dieser wunderbaren Box. Sounds of a Playground Fading von In Flames. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr In Flames unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.